also wieder raus also machen wir das mikrofon mal wieder an sorry für diese an mod zu einer weiteren folge animation slowdown daily shop news und combo masteries mit mir nehmen gleich so also wir kommen wie immer zu den kommentaren safi sunshine irgendwie habe ich das mit mittel schon geahnt super jetzt fehlt nur noch müßig franzin dann bin ich aber weg ich hoffe dass franzin nicht auch noch als müßig kommt es sollen sie die von mir aus behalten wir können sie wollen wir das können sie die machen interessiert mich ein ehrlich also franzin naja bin mal gespannt was sonst noch so alles kommen wird so dann haben wir von arta botstag zeige im kartenarchiv deine karten mache ich einem separaten video also ja und dann gehen wir auch mal jetzt rein in diese da haben wir nach wie vor den mythik bullock in mamas altmusik geheimlicher tulle und ja würde ich nichts voraus geben sondern haben wir den mythik day auch den finde ich nicht wirklich prickelnd hatten wir schon drüber gesprochen die neue box ist da goggles and cats box mit fans worth fans worth fans fischen knoten in der zunge farns worth cat so ja mit hijack mit stoß und mit grace beziehungsweise berauscht so dann haben wir goggles cat auch eine neue karte hier haben wir dolphin rider peter xaxas der falcon und so weiter und so fort die klassischen dog mag die klassischen animal combos cuddles knife wheeling zeal eugene belcher und steve smith die box ist relativ nice muss ich sagen so dann sind wir auch schon so weit gehen wir mal in die combo mastery rein hier haben wir trapez bob trapez der sieht folgendermaßen aus da war ein bob mit sportkarten wie jetzt beispielsweise push ups oder jedes dinges mit viel revanche 22 fache war ich 14 fach hijack 27 fach gas also das ding ist halt mega defensiv und brutal stark 24 68 das teil also wenn ich mir da vorstelle dabei noch mal zehn prozent ruf ja aber eben 500 gems gell und da guck mal bazooka sharks cool sieht hier aus wie ist trampoline tom landry baseball team auf jeden fall eine mega nice combo aber wie ihr wisst ich gebe dafür keine 500 gems aus muss das ding aber ja so ein bisschen zurecht ziehen hier das ist jedes mal ich weiß nicht irgendwie wandert immer mein monitor bild das ist wie zu erwarten ein brein wer hätte das wohl vermutet da haben wir ein brein mit auch wieder sportkarten blanche ball die ist auch defensiv aber eben auf andere art defensiv mit einem mäuerchen guck mal da ist ein mäuerchen ein mäuerchen und ein bämmchen auf dem kärtchen so auf dem kombuch in 20 mauer 17 was ist denn das das ist angriff mit hinzu wenn du machst eine combo und und bombe 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 also kann man gerade nicht sehen was nicht eingewenden 17 leben 80 70 17 angriff achts leben alles darum ganz schön scheiße also ja das ist der street hockey brian auch dafür aber jetzt kommt es halt jetzt kommen halt die die mega kombos na also erst mal kommt jetzt hier der night der owies dui und der owies dui ist halt wirklich ein momentan eben aber nur wenn du die müßigste version hast das muss gleich dazu sagen nur wenn du die müßigste version hast müßig du nicht normal epics du in epics du ist nichts interessanter mit dem üblichst wie sehr interessant interessant so wir schauen uns jetzt den mal an das ist hier ein stewie mit kostümkarten und da haben wir hier zum beispiel der ski maske und wenn ihr da jetzt jetzt schaut euch einfach die werte an oder werde ihr relativ schnell feststellen das ist ein first hitter 19 22 und mit 14 fach kreppel ich wiederhole 14 fach kreppel auch hier schaut euch das an mit bad times stories 22 fach punch 22 fach angriff sind 44 schaden im ersten hit 14 fach kreppel 75 leben wenn du da jetzt zehn prozent drauf klatschen kannst dann hast du bereits 24 punch 24 angriff das heißt bis bei 48 ich wiederhole 48 angriff wenn du da zehn prozent truffballer ist plus noch 15 fach kreppel all und dann auch noch 82 leben wenn du jetzt dann nochmal zehn prozent drauf klatschen würdest wärst du bei 24 dann wärst du bei 26 punch 26 angriff du bist bei 52 plus dann wahrscheinlich aufgerundet 5 17 fach kreppel also wer den stewie in der mythic version hat der hat wahrscheinlich auch die passenden kostümkarten momentan dazu um eben diese combo spielen zu können leute schlag zu das ding ist mega das ding ist wirklich mega also aber aber bevor ihr jetzt hier zuschlagt es kommt noch was ich habe es gesehen ich habe es gesehen es kommt noch was also passt auf jetzt was ihr mit ein steinchen macht und überlegt gut weil jetzt kommt noch ein oberknaller gleich also jetzt kommt erst einmal bänder in love das ist der da bänder in love und bänder in love ist eben ja ein bänder mit flugkarten und das ist wenig interessant muss ich sagen also mal ganz davon abgesehen ich möchte kein plein express schiff mehr irgendwo in einem deck sehen also zumindest nicht bei mir deswegen gehen wir da auch ganz schnell weg und gehen zur nächsten combo über die die es halt wirklich in sich hat diese combo hat es in sich eine meiner absoluten lieblings kombos aktuell chicken fight oh mein gott chicken fight ist so op momentan also nicht nur momentan auch ohne bge ist die total krank schauen wir uns doch mal chicken fight an warum mag denn gleich den chicken fight so ist ein peter und wenn um es gleich mal richtig zu sehen maxen wir das ding auch mal ja da hast du hier so und jetzt hast du eine karte die halt mega brutal supportet und noch selber richtig smashed was tatsächlich hier 44 angriff da unten 46 mit capoeira reginald that's my parfait 49 43 bei stop hitting yourself 40 bei himalayan observatory 42 bei brian the home invader 41 beim diamond crusher 45 bei der allen ymca bei snod rocket allerdings nur 39 bei fashion wrestling 44 wenn du das ding gemaxt hast so und jetzt fangen wir an zu rechnen du hast noch motivieren dazu hier zwölffach motivieren zum beispiel also die karte rechts und die karte links kriegt zwölf angriffspunkte mit hinzu und dann hast du noch eine bombe 17 bombe so das heißt also im besten fall macht diese karte im besten fall wenn sie wenn rechts und links eine andere karte ist ja macht sie 17 schaden nach links 17 schaden nach rechts das sind 34 schaden motivieren wenn 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 der angriff durchkommt 12 schaden links 12 schaden rechts 24 schaden plus 34 schaden bist du bei 58 schaden dann hast du noch 22 punch ja dann bist du bei 80 schaden und hast noch 22 angriff die karte macht im optimal also wirklich das ist der optimale fall dann über 100 schaden über 100 schaden ja so und das ist halt mega krank so und jetzt rechnest du da zehn prozent drauf oder 20 prozent drauf das machen wir jetzt mal an diesem beispiel wir gehen aber jetzt mal hoch zu wir gehen jetzt mal hoch zu der die am krassesten war das war hier mit dead my parfait es war nämlich 49 bei dead my parfait 49 hier hätten wir jetzt folgende situation du kriegst bei 10 prozent hast du 13 fach motivieren bei 10 prozent drauf hast du 45 punch du hast 20 bombe du hast 29 angriff und 64 leben so jetzt rechnen wir noch mal 10 prozent drauf dann bist du bei 14 fach motivieren du bist bei wahrscheinlich hast du dann sogar 28 punch 28 punch bist bei 22 bombe dann hast du noch hier 29 32 angriff und da unten 64 70 leben diese karte ist der absolute overkill in dieser version ist absolut overkill also ich wiederhole wenn wir jetzt nur den punch nehmen wenn wir jetzt nur den punch nehmen und wir würden 20 prozent drauf verstehen wir nehmen nur den punch und den normalen angriffswert dann bist du wie gesagt bei 25 dann bist du bei 38 plus noch mal 29 und 32 dann machst du 60 schaden im first hit 60 schaden und das mit einer legendären karte das ist keine müßig 60 schaden im first hit plus da noch den schaden den du über die bombe noch und über das motivieren macht alter das ding ist crazy das ist ein zerstörer ja so und deshalb weil ich eben den peter habe und weil ich eben auch chicken fight habe und chicken fight liebe geht es jetzt mal hier ran an die sache und dann kaufen wir zumindest jetzt erst mal ich muss mir dann ich muss mir noch überlegen was ich noch ob ich mehr ich kaufe es mir jetzt erst mal einmal komm scheiß drauf ich kaufe mir das ding gleich dreimal jetzt ehrlich war ich will chicken fight haben und das drei mal diese combo ist der kill der killer so jetzt habe ich es getan dreimal chicken fight geholt ich freue mich so sehr ich freue mich riesig ja leute wenn es euch gefallen hat dann lass doch mal ein like also sofort hat doch hier diese funktion also wenn es euch gefallen hat dann lass doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal leute die gloge falls es noch nicht getan haben sollte entscheidet sich mal wieder einmal wieder als animation throwdown mit mir dem herrn gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss tschüss